Wir müssen nochmal machen, Werkseiter der Firma Knauf in Wortlebe-Rode. Ich bin heute in Erfurt, was genau machen wir hier? Ja, wir haben uns heute hier getroffen, um unsere DIW-Studie vorzustellen. Und ein Hergeb mit der DIW-Studie, die über die Bruttowertschöpfung der Gipsindustrie im Südharz berichtet, sind wir medial online gegangen mit einem Film, der den Inhalt der DIW-Studie auf einfache Art und Weise erklären soll. Und ist das gelungen? Nein, ich denke durchaus, also ein wirklich guter Film. Besonders wichtig für uns, dass in dem Film sehr viele Protagonisten der Region das Wort ergreifen und im Grunde genommen den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise und dort auf einfache Art und Weise erklären, warum der Gipsabbau bzw. die Gipsverarbeitung im Südharz so wichtig ist.